Moin Leute, hier ist Tim und ich habe die Grafikkarte aus unserem letzten Gaming-PC-Build, die Sapphire Nitro Plus RX 6950 XT, nochmal komplett für euch durchgetestet und wollte nochmal schauen, ob es sich denn derzeit noch lohnt, auf eine Grafikkarte aus der mittlerweile jetzt alten AMD-Grafikkartengeneration zu kaufen, in diesem Oberklasse- bis High-End-Bereich, denn die Grafikkarten sind immer noch gut verfügbar, aber man bekommt eine RX 6950 XT im Moment ab 860 Euro, das Modell hier von Sapphire für etwas mehr, aber die steht hier jetzt auch so ein bisschen stellvertretend für andere 6950 XT-Grafikkarten und eine normale RX 6900 XT kriegt man auch schon für etwas mehr als 800 Euro und in dem Preisbereich gibt es ja noch nichts Neues von AMD, deswegen gehen wir mal der Frage nach, ob es sich noch lohnt, zu dieser Grafikkarte zu greifen und wie sie im Vergleich zur neuen RX 7900 XT vor allem auch da steht, sollte man etwas mehr Geld ausgeben und in die neue Grafikkarte investieren oder reicht vielleicht auch erstmal noch so eine 6950 XT. Einen Link zu diesem getesteten Modell und auch zu den anderen 6950 XT-Grafikkarten findest du sonst auch nochmal in der Videobeschreibung und ansonsten würde ich sagen, wir legen jetzt direkt los mit dem Test. Bei mir persönlich hatte Sapphire eigentlich immer einen recht guten Ruf, was Grafikkarten angeht, die haben eigentlich immer ordentliche Custom-Modelle rausgebracht, die auch eine gute Kühlperformance hatten und auf den ersten Blick sieht das hier bei der Nitro Plus 6950 XT eigentlich ähnlich aus. Die Grafikkarte ist sehr groß, hat einen großen Kühlkörper, der 2,7 Slots ungefähr belegt, also drei freie Slots sollte man definitiv haben in seinem Gehäuse. Für die Kühlung sorgen drei 100 Millimeter Axiallüfter, auch das ist erstmal eine gute Voraussetzung dafür, dass wir hier eine gute Kühlperformance bekommen. Das Design der Grafikkarte mit den silbernen Elementen, einerseits den silbernen Elementen an der Plastikverkleidung, andererseits aber auch der fast komplett silbernen Backplate, passt jetzt nicht unbedingt in jeden Gaming-PC-Bild rein. Bei dem PC, den ich für euch zusammengebaut habe, in einem der letzten Videos passte es sehr wohl, weil das Mainboard auch silberne Elemente und Kühlkomponenten beispielsweise hatte, da hat sich das optisch ganz gut eingefügt. Aber viele Gaming-PC-Bilds gehen ja eher so in Richtung schwarz und dunkel. Da passt die Grafikkarte vielleicht nicht perfekt rein, aber da wird jeder schon seinen Weg finden und man kann auf jeden Fall auch sich PCs zusammenstellen, wo auch die Grafikkarte optisch sehr gut harmoniert. In welchem Bild sie auf jeden Fall gut harmoniert, das sind Bilds mit viel RGB-Beleuchtung, denn diese Grafikkarte von Sapphire bietet auch extrem viel RGB-Beleuchtung. Wir haben zwei Stellen auf der Backplate, wo wir eine RGB-Beleuchtung haben. Dann haben wir hier unten bzw. an den Seiten von der Grafikkarte nochmal zwei Stellen mit RGB-Beleuchtung, wo der Sapphire-Schriftzug steht. Hier noch eine weitere RGB-Beleuchtung an der Kante, so eine Leuchtleiste. Und dann kommen auch noch die drei Lüfter dazu, auch die sind RGB-Beleuchtung beleuchtet. Also da fährt Sapphire wirklich große Geschütze auf, was die RGB-Beleuchtung angeht. Da sage ich ja immer oft dazu, dass es dann gut ist, wenn man eine Grafikkarte von einem Boardpartner hat, der keine Mainboards anbietet, dass die Grafikkarten auch einen ARGB-Anschluss haben, den man dann mit dem Mainboard verbinden kann, damit man die RGB-Beleuchtung der Grafikkarte auch steuern kann. Das ist bei der Sapphire Nitro Plus der Fall. Hier ist ein Anschluss vorhanden, allerdings liefert Sapphire kein Kabel mit bei der Grafikkarte. Das muss man sich noch extra kaufen. Ist ein bisschen schade, hätten sie gerne direkt dazu tun können. Jetzt muss man da noch ein paar Euro für ein Kabel ausgeben, aber immerhin ist der Anschluss vorhanden. Somit kann man also die RGB-Beleuchtung der Grafikkarte mit den restlichen RGB-Komponenten in seinem Gaming-PC synchronisieren. Die Stromversorgung der Grafikkarte läuft über zwei PC-Express-8-Pin und einen PC-Express-6-Pin-Anschluss. Finde ich eine relativ interessante Kombi. Meistens sehen wir mittlerweile doch einfach drei 8-Pin-Anschlüsse. Aber dass wir überhaupt drei Anschlüsse haben, schränkt dann vielleicht bei den einen oder anderen die Netzteilauswahl schon etwas ein. Wobei man eigentlich sagen sollte, wer zum Beispiel ein 750-Watt-Netzteil oder so hat, eins, was für diese Grafikkarte auf jeden Fall geeignet ist, der wird auch die genügend Kabel und Anschlüsse zur Verfügung haben. Also das ist kein Problem. Bei der Stromversorgung der Grafikkarte braucht man sich keine Sorgen machen. Als Monitoranschlüsse haben wir dreimal Displayport 1.4a und einmal HDMI 2.1. Also die Standardkonfiguration, die wir eigentlich bei allen Grafikkarten derzeit sehen. Und die Grafikkarte hat auch noch einen BIOS-Switch, wo man zwischen einem Performance- und einem Quiet-BIOS hin und her wechseln kann. Ich habe die Grafikkarte jetzt im Performance-BIOS getestet. Der BIOS-Switch hat sogar noch eine dritte Einstellung. Die erlaubt es einem dann mit der Sapphire-Trix-Software über die Software selbst das BIOS-Setting zu ändern, je nachdem, was man gerade lieber verwenden möchte. Ansonsten zu guter Letzt legt Sapphire zwar kein ARGB-Kabel bei, aber eine Halterung, die man zusätzlich noch an der Grafikkarte befestigen kann, um GPU-Sec zu verhindern bzw. zu reduzieren. Da die Grafikkarte ja schon relativ groß und schwer ist, die ist jetzt nicht übermäßig lang, wie beispielsweise die RX 7600 XT von XFX, die ich getestet habe. Aber Sapphire legt hier trotzdem so eine Halterung mit bei. Das ist auf jeden Fall ganz nett und sieht auch ganz cool aus, wenn man die verwendet. Ich habe die jetzt nicht benutzt hier bei mir im Test. Für den kurzen Testzeitraum reicht das auch ohne, aber wer die Grafikkarte lange Zeit in seinem PC-Gehäuse drin hat, da macht es vielleicht Sinn, diese Halterung zu verwenden. Das soll es erstmal gewesen sein zu den technischen Daten dieser Grafikkarte. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die Gaming- bzw. Spiele-Benchmarks an. Meistens liegt die RX 6950 XT ungefähr in dem Bereich einer RTX 3090 Ti. Je nach Spiel manchmal leicht darüber, manchmal aber auch darunter. In beispielsweise Shadow of the Tomb Raiders der Rückstand zur 3090 Ti dann besonders groß. Hier performen traditionell die Nvidia-Grafikkarten immer etwas besser. Anders sieht es dann aber beispielsweise in Forza Horizon 5 aus, wo die Sapphire Nitro Plus 6950 XT dann doch deutlich vor einer 3090 Ti liegt, was mich auch etwas überrascht hat. Im Performance-Rating insgesamt liegt die Grafikkarte dann fast gleich auf mit einer 3090 Ti. In 4K, der für mich hier ausschlaggebenden Auflösung, kommt sie nicht ganz an eine 3090 Ti ran. In 1440p und Full HD hat sie interessanterweise etwas besser performt. Die 4K-Auflösung spiegelt aber in der Regel am besten die tatsächliche Performance von Grafikkarten wider. Der Rückstand zur RX 7900 XT beträgt ungefähr 17% in 4K. Fasst man alle drei von mir getesteten Auflösungen zusammen, dann beträgt der Rückstand nur noch ungefähr 12%. Also mittelt man die Auflösung oder die Ergebnisse der Auflösung, bezieht also auch Full HD und 1440p mit ein, wird der Rückstand ein bisschen kleiner und schrumpft auf ungefähr 12% zusammen. Insgesamt kann man also auf jeden Fall sagen, dass die RX 6950 XT definitiv noch nicht überholt ist und immer noch eine sehr, sehr gute Oberklasse-Grafikkarte ist. Jedenfalls was die native Gaming-Performance angeht. Der Rückstand zur RX 7900 XT ist nicht sonderlich groß. Auch preislich liegen die Grafikkarten natürlich nicht so weit auseinander. Wie gesagt, eine 6950 XT kriegt man so ab 860 Euro im Moment. Eine 7900 XT kostet ungefähr 1050 Euro. Also ungefähr 200 Euro liegen zwischen den beiden Grafikkarten. Das sind in etwa 20% Preisunterschied. Aber der Rückstand gemittelt über alle Auflösungen beträgt nur ungefähr 12%. Also preis-leistungstechnisch ist die 6950 XT immer noch eine attraktive Grafikkarte. Zumindest solange man Raytracing außen vor lässt. Denn zu Raytracing kommen wir jetzt. Das ist erstmal nichts Neues, dass die Raytracing-Performance der RX 6000er Grafikkarten von AMD nicht so gut ist, beziehungsweise deutlich hinter der Raytracing-Performance von Nvidia Grafikkarten zurückliegt. Das sehen wir hier durchweg eigentlich in allen von mir getesteten Spielen. Das führt dann dazu, dass im Performance-Rating die 6950 XT eher auf dem Niveau einer RTX 3080 nur liegt. Und hier ist es jetzt so, dass die 6950 XT in 4K die 3080 sogar noch leicht schlagen kann, aber in 1440p und Full-HD interessanterweise dann doch noch deutlich schlechter abschneidet. Der Vorsprung zur 6800 XT fällt jetzt auch nicht mehr so stark ins Gewicht. Da profitieren wir tatsächlich von der Mehrleistung nicht mehr so stark, wie wenn wir Raytracing nicht aktiviert haben. Interessant ist aber jetzt der Vergleich zur RX 7900 XT. Denn AMD scheint doch tatsächlich die Raytracing-Performance bei den neuen Grafikkarten etwas verbessert zu haben. Sie ist immer noch nicht auf dem Niveau von Nvidia. Und der Rückstand zu Nvidia ist auch immer noch ziemlich groß. Aber die Lücke zwischen der 6950 XT und 7900 XT wird bei aktiviertem Raytracing insgesamt doch etwas größer. Der Rückstand in 4K wächst hier auf 22% ungefähr an von 17%, wenn wir Raytracing deaktiviert haben. Und fasst man alle Auflösungen wieder im Performance-Rating zusammen, dann beträgt der Rückstand nicht mehr 12%, sondern ungefähr 18%. Also ist einem die Raytracing-Performance wichtig und man sucht eine Oberklasse bis High-End-Grafikkarte, dann ist auf jeden Fall auf Seite von AMD die RX 7900 XT nochmal die etwas bessere Wahl, beziehungsweise das Preis-Leistungs-Verhältnis wird dort einfach etwas besser, weil die Raytracing-Performance insgesamt etwas stärker ist. Insgesamt muss man natürlich aber trotzdem sagen, wenn einem Raytracing wichtig ist, dann sollte man immer noch auf jeden Fall auf Nvidia setzen, denn eine RTX 4080 beispielsweise lässt eine 7900 XT, auch die 7900 XTX und die jetzt hier getestete 6950 XT natürlich deutlich hinter sich. Und selbst eine RTX 3080 performt insgesamt bei aktiviertem Raytracing besser als eine 6950 XT. Und eine RTX 3080 ist tendenziell vielleicht einen Ticken günstiger, liegt aber preislich leider ungefähr auf dem selben Niveau, obwohl sie meiner Meinung nach eigentlich deutlich günstiger sein müsste. Von daher macht das im Preis-Leistungs-Verhältnis gar keinen so großen Unterschied. Da kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen, kurz vor dem Fazit hier in diesem Video. Natürlich unterstützt die RX 6950 XT auch AMD FSR, also intelligentes Upscaling. Hier zeigen sich im Vergleich zur RX 7900 XT eigentlich keine Besonderheiten. Derzeit jedenfalls bei FSR 2, 2.1 oder auch noch älteren 1.0 profitiert man jetzt nicht von der neuen Generation. Das mag sich aber definitiv ändern, wenn dann FSR 3 an den Start geht. Das müssen wir dann sehen, wenn das soweit ist. Jetzt wollen wir erstmal über die Kühlperformance sprechen. Da hatte ich aufgrund des großen Kühlers und da ich von Sapphire eigentlich immer gute Ergebnisse gewohnt bin, recht hohe Erwartungen und die wurden auch bestätigt. Die Temperatur der Grafikkarte stieg zwar auf im Vergleich relativ hohe 73 Grad an, immer noch ein komplett unbedenklicher Wert. Alles unter 80 Grad ist auf jeden Fall in Ordnung. Wir haben halt nur nicht mehr ganz so viel Luft nach oben für eine manuelle Lüfterkurve. Brauchen wir aber auch gar nicht, denn die Lautstärke der Grafikkarte ist auch jetzt schon auf einem sehr angenehmen Niveau. Die liegt bei genau 5 Dezibel über dem Ambien-Noise-Pegel und ist damit aus einem geschlossenen Gehäuse eigentlich kaum wahrnehmbar. Also selbst in Standardeinstellungen ist die Grafikkarte wirklich schon sehr leise. Wenn man die Lüfterkurve nochmal manuell anpasst und die Temperatur vielleicht auf, sagen wir mal, 77 Grad oder so ansteigen lässt, dann können wir hier die Lautstärke sogar noch weiter reduzieren. Ist aber aus meiner Sicht gar nicht notwendig, denn die 5 Dezibel über dem Ambien-Noise-Pegel sind so schon wirklich sehr leise. Das Einzige oder das, was man hauptsächlich raushört, ist ein bisschen Spulenfiepen der Grafikkarte. Ich fand es nicht wirklich störend. Es gab Grafikkarten bei mir im Test, die hatten noch stärkere Spulenfiepen, aber es ist hörbar bei der Grafikkarte. Also wer definitiv gar kein Spulenfiepen haben möchte, sollte sich nach einer anderen Grafikkarte umschauen. Da wird es aber auf Seiten von AMD bei den leistungsstarken Grafikkarten insgesamt schwierig. Jedenfalls bei der RX 6000er-Generation, die haben fast alle hörbare Spulenfiepen. Bei der 7900 XT war das glücklicherweise nicht so. Also wem das wichtig ist, sollte vielleicht dann noch mal etwas mehr Geld in die Hand nehmen und sich beispielsweise die XFX Speedstar Merk 310 RX 7900 XT zulegen, die ich ja auch schon getestet habe, denn die hatte definitiv kein Spulenfiepen. Die Lüftergeschwindigkeit der Sapphire Nitro Plus 6950 XT lag dann unter Gaminglast bei 1320 RPM. Das erklärt dann auch die geringe Geräuschentwicklung von nur 5 Dezibel über dem Ambien-Noise-Pegel. Wie sieht es aus mit dem Stromverbrauch bzw. der Leistungsaufnahme? Auch hier zeigt sich ein ziemlich positives Ergebnis. Mit 466 Watt Leistungsaufnahme des gesamten Testsystems unter Spiegelast kann die Grafikkarte natürlich nicht mit einer 7900 XT mithalten. Das ist ganz klar, das ist eine neue Generation, die ist noch mal energieeffizienter. Aber die Leistungsaufnahme ist gar nicht viel höher als bei einer RX 6800 XT, wie wir hier sehen, denn die liegt auch schon bei 440 Watt. Und das führt dann im Endeffekt tatsächlich zu einer ziemlich guten Effizienz, denn die liegt hier bei 3,7 Watt pro FPS. Und das ist tatsächlich hier der beste Wert bei mir im Test der RX 6000er Grafikkarten von AMD. Also wirklich eine gute Effizienz, natürlich nicht ganz so stark wie die Grafikkarten aus den neuen Generationen, die jetzt rausgekommen sind. Also die RTX 4080 führt hier die Liste immer noch an mit 2,9 Watt pro FPS. Die 7900 XT kommt auf 3,2 Watt pro FPS. Aber 3,7 für so eine leistungsstarke Grafikkarte ist wirklich ein sehr guter Wert. Wir haben hier auch andere Grafikkarten aus der Generation in der Liste, vor allem von Nvidia, die bei deutlich über 4 Watt pro FPS liegen. Also da wirklich Hut ab. Auch dafür, dass es eine Grafikkarte aus der alten Generation ist, wirklich eine gute Effizienz, sofern wir jedenfalls Raytracing deaktiviert lassen. Wenn wir Raytracing aktivieren, dann sieht es natürlich schlechter aus bei AMD, da die Raytracing-Performance einfach nicht ganz so gut ist. Hier kommen wir dann nur noch auf 7,9 Watt pro FPS und da wird die Grafikkarte dann von der RX 7900 XT deutlich geschlagen. Dadurch, dass die insgesamt natürlich energieeffizienter ist und nochmal eine etwas bessere Gaming-Performance liefert, ist der Abstand hier doch relativ deutlich, denn die kommt hier auf 6,4 Watt pro FPS. Kommen wir nun zu meiner Preis-Leistungstabelle mit Stand 18.12.2022. Wie gesagt, eine 6.950 XT kriegt man so für 860 Euro. Den Preis habe ich jetzt zugrunde gelegt, auch wenn die Nitro Plus derzeit teurer ist im Handel. Die kostet aber ungefähr 100 Euro mehr und ist deswegen aktuell gerade nicht so attraktiv. Da sollte man auf ein besseres Angebot warten. Ich habe die für 850 Euro beispielsweise noch gekauft. Und da man eine andere 6.950 XT für den Preis bekommt, habe ich den hier jetzt zugrunde gelegt. Und da sieht es tatsächlich immer noch ziemlich gut aus mit einem Preis-Leistungs-Verhältnis. 6,8 Euro pro FPS ist wirklich in Ordnung, vor allem für so eine leistungsstarke Grafikkarte. Und wenn man sich das hier genau anschaut, es gibt keine leistungsstärkere Grafikkarte bei mir im Vergleichsfeld, die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Die einzige ähnlich leistungsstarke Grafikkarte wäre die 6.800 XT, die aber schon natürlich nochmal ein bisschen schwächer ist. Die kommt auf 6,1 Euro pro FPS. Aber alle anderen Grafikkarten oder vor allem die, die leistungsstärker sind, haben auch alle ein schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis. Die 7.900 XT liegt allerdings nicht weit dahinter mit 7,3 Euro pro FPS. Danach wird der Abstand aber relativ groß. Das ist eine RTX 4080, eine 7.900 XTX, bei der ich im Moment so 1.500 Euro ungefähr zugrunde gelegt habe, weil die kaum zu bekommen ist, die Grafikkarte. Natürlich auch die 4090 oder 3090 Ti, aber auch die RTX 3080. Alle anderen leistungsstarken Grafikkarten haben ein deutlich schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis als die 6.950 XT. Aktiviert man Raytracing, sieht das alles natürlich wieder ein bisschen anders aus. Da fällt die Grafikkarte dann doch deutlich zurück und liegt bei 14,7 Euro pro FPS und dann quasi gleichauf mit der RX 7900 XT. Und auch die RTX 4080 rangiert hier quasi auf demselben Niveau mit 15,2 Euro pro FPS. Aber auch hier muss man sagen, obwohl die Raytracing-Performance bei AMD doch deutlich schlechter ist als bei Nvidia, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis gar nicht so unterirdisch. Denn die Nvidia-Grafikkarten, vor allem auch die RTX 3080, aber auch die RTX 4080 sind im Vergleich so teuer, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis im Endeffekt fast dasselbe ist. Also wenn man jetzt eine Grafikkarte kauft, fast egal, ob man Raytracing nutzt oder nicht, ist eine RX 6950 XT gar keine so schlechte Wahl und auch die RX 7900 XT tatsächlich nicht. Wenn man eine Oberklasse-Besign-Grafikkarte sucht, sind das beides auf jeden Fall gute Optionen, die man auch jetzt kurz vor Weihnachten 2022 definitiv noch ziehen kann. Man könnte sich lediglich die Frage stellen, ob es nicht reicht, sich eine RX 6800 XT einfach zu kaufen, denn die hat sowohl im normalen als auch im Raytracing-Preis-Leistungsverhältnis nochmal ein deutlich besseres Ergebnis abgeliefert. Und die Grafikkarte ist einfach nochmal ein ganzes Stück günstiger. Aber insgesamt ist eine Radeon RX 6950 XT Ende 2022 jedenfalls für einen Preis von sagen wir mal 860 Euro immer noch eine wirklich gute Option, wenn man eine Oberklasse- bis High-End-Grafikkarte aktuell sucht. Und die Sapphire Nitro Plus ist ein wirklich sehr gutes Custom-Modell, was eine super Kühlleistung bietet, einen schönen, leisen Kühler auch schon in Standardeinstellungen. Spurenfeaten ist vorhanden, aber fand ich jetzt nicht übermäßig laut, von daher war es für mich okay. Dann haben wir massig RGB-Beleuchtung und Features bei der Grafikkarte mit dabei, da kann man auch wirklich nicht meckern. Lediglich dieses silberne Design spricht wahrscheinlich nicht jeden an und passt nicht in jeden Bild unbedingt perfekt rein. Aber insgesamt ist die Grafikkarte, finde ich, ein wirklich gelungenes und gutes Gesamtpaket, was man auf jeden Fall zumindest, wenn der Preis stimmt und auf dem Niveau liegt wie derzeit andere 6950 XT Modelle, vielleicht so bei 860 bis maximal 880, 890 Euro, auf jeden Fall empfehlen kann. Im Vergleich zur RX 7900 XT steht die Grafikkarte auch gar nicht so schlecht da, obwohl es halt eine Grafikkarte aus der alten Generation ist. Im Preis-Leistungs-Verhältnis kann sie definitiv sowohl bei deaktiviertem, aber auch bei aktiviertem Raytracing immer noch mit der neuen Grafikkarte von AMD mithalten. Lediglich bei der Effizienz bzw. bei der Leistungsaufnahme, da muss die Grafikkarte sich dann deutlich geschlagen geben. Von daher stellt sich am Ende eigentlich eher die Frage, brauche ich unbedingt eine Grafikkarte aus der neuen Generation, will ich immer das Neueste haben und möchte ich das bisschen Gaming-Performance ebenfalls haben und bin ich bereit, die 200 Euro mehr auszugeben, dann sollte man sich auf jeden Fall die RX 7900 XT stattdessen kaufen. Wenn man doch noch ein bisschen Geld sparen möchte, ist die Radeon RX 6950 XT immer noch eine vernünftige Option. Hast du noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen zu diesem Test von mir, dann schreib es gern in die Kommentare. Ansonsten findest du auch nochmal einen Link zur getesteten Grafikkarte und zu den derzeit günstigsten RX 6950 XT Grafikkarten auf dem Markt unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.